Wisst ihr, wenn ich auf den Straßen bin, es kommen sehr viele kleine Kinder zu mir und sagen mir, du bist doch Abu'l-Bara. Dann sage ich zu ihm, sag mal, wie alt bist du denn? Er sagt zu mir, sechs oder sieben Jahre, je nachdem, manche machen sich älter als sie sind. Ich sage zu ihm, woher kennst du mich? Er sagt, von TikTok. Du hast TikTok? Du, sechs Jahre, hast TikTok? Subhanallah, überlegt mal, diese Kinder werden erzogen von Social Media.